Weiter geht's. Attacke, los, los, los. Ihr habt nichts verpasst. Wozu schweich wir heute mal? Oh, Hilfe! Mach die Lichtchen an. Die sind an. Soll ich ja vielleicht doch wieder Schilder ziehen? Nein, es geht nicht. Mal gucken. Äh, ja, ich zieh's schildern. Ich kling das da an. Äh, wo ist mein Boot? Da ist mein Boot. Aha. Ah. Sieht so gut. Da waren die Feuerringer, die haben es genau vor mir wieder aufgelöst. Geh mal noch drauf. Ja, schubst nämlich genau in das Handy da rein. Ja, schubst nämlich genau in das Handy da rein. Oh, boah, die ist doch nicht schon wieder weg. Feuer, 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 Feuer. Oh, das war knapp. Geh mal noch mal stehen! Erfolg. Und was? Einmal. Zweimal. Oh, ich bin fast tot. Fast, fast tot. Ja, jetzt bin ich wieder voll. Ja, eben auch. Da hat's noch mindestens 30% HP. Das ist fast tot! Ja, ich bin fast tot. So, guck mal, was haben wir gekriegt. Was ist das? Zweihandachse mit 252. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ich ziehe mal hier an. 200. Seraphi Alchemy Set-Teil. Ezro hier Set-Teil. Ezro hier Set-Teil. Ezro hier hab ich doch anderen, oder? Oh. Jetzt hab ich sogar die Rüstung. Ah, jetzt hab ich Ezro hier komplett an. Sieben Teile. Hebel mal auf. Seraphis Schulter. Oh manisch. So, und den behalten wir hoch mal. Das behalten wir, das behalten wir. So. Gehen wir raus. Oder bauen wir noch was. Nö, ne? Um. Nein. Gut. Oh. Okay. Ah, du und deine Chips. Ich krieg langsam auch Lust auf Chips. Dezent verknickt. Ja, das sind fast alle. Oh. Hier liegt noch ein goldenes Item rum. Ich häng im Dezent im Ladebildschirm. Oh. Wow. Wow. The Kaliphase. 305 dps. 22 physical damage. 15 pet and minion help. 32 hertz. 5% chance to freeze. 5% chance to poison. Und wenn ich 100 und töte, tut sich das Ding nochmal upgraden. Okay. Okay. Ich glaube, das Ding skill ich doch mal hoch, oder? Mhm. Aber ich wollte erst mal die andere wachs, äh, wachs, ja. Da war gerade die unten, oder? Hehehehe. Hehehehe. Da unten ist ein Upgrader. Ja, das ist doch der Tipp im Schiff, oder? Macht der Poisoner. Poison, Poison, Poison. Poison. Der Poisoner. Poison running through my veins. Das haben wir erst gelandet. Wo wir hin sollten, oder nicht? Weiß ich noch nicht. Oh, hat's geblinkert. Oh, ne. Ah. Das sieht ja irgendwie nicht untrottig aus, oder? Ne. Sieht irgendwie robotisch aus. Er hat sich sein. Ähm. 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 Mein Skill hat sich verworfen hier. Verwechselwutzelt. Verwechselwutzelt. Pott. Ich wünsche mir noch einmal ein anderer Skill auf meiner Leiste ist. Da war er tot. I need Undead. Was ist denn du? Ich habe noch eine damage-reflex. Au, 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 au. Ja. Reflected aber nur ein Nahkampfschaden. Ach so. Gut für mich. Besser für mich? Wieso habe ich einen Zweihandstab an? Was ist das toll, dass dieser... Die Dinger von dem Skill den Kiechern hinterher fliegen? Voll das Auto-Aim. Gleich klick halt einfach und warte drauf, was passiert. Nein, nein, nein. Du magst das denn hier mal wieder so, weißt du? Okay, nein, nein. Kein Skill, kein gar nichts. Man muss einfach nur klicken. Aim-Bot-User. Mach dein Ding aus. Ja, den Skill muss ich hochscallen. Oh, ich vergaß. Die explodieren hier. Ich will mir die ganze Zeit was sagen, aber ich habe Schweigepflicht. Ich darf nichts verraten, nein, ich darf nicht spoilern. Nein, nein, nein. Sowas ist unruhig. Ich könnte ja flüstern, aber es wird auch nichts. Voll uncool sowas. Oh. Oh. So? Ein Nest. Aber schon wieder tot. Alles macht er kaputt, was er nicht essen kann. Klar. So wie du. Halt da. Ich mach dich auch gleich kaputt. Nee. Nichts! Ich kann nicht sein und nicht mehr mit dir leben. Ich kann nicht mehr weg wegziehen. Ein Herz auch. Ich kann nicht mehr wegziehen. Weil ich es aber nicht herausgefunden habe. Gibt's nicht. Warmer. Ich würde das so gerne auf die Nütze hauen. Nein. Nein. Das ist das strengste Henz, um das Ack. Nö. Oh, Alter. Das ist cool, ich drücke einfach die rechte Maustaste, bis nichts mehr knallt. Oh, Alter, Alter. Ach, man hört mal, ne Waffe ist. Höh? Ah. Ach, die Waffen sind doch, wenn ich bestimmte, wenn ich die Viecher hier kill, 50 Stück jeweils, dann upgraden sich die Waffen. Nur eine hat sich gerade abgegradet, ich dachte mir gerade, hä? Macht jetzt nicht uns. Ich weiß nicht, was dazu gekommen ist bei der einen. Da musst du doch sehen, die hat doch alles. Minus 8. 6% Chance für Acid Rain. Und 15% Stun für 2 Sekunden. Also noch mehr Knall. Ratter der Zungen. Greifre, Knallfrosche. Guck mal, da kann ich 100 schießen. Ja, Nerf Mages. Und das ist ein Damage Reflect-Vie gewesen. Trotzdem. Guck, jetzt brauchst du das hier in Laufen und Looten. Aber ich hätte auch gerne noch draufgehalten. Ja, den Skill muss ich definitiv leveln. Mein Vieh ist voll. Ein bisschen Klamour. Das ist ja eine Schlechtstange eigentlich. Hopp. Ist gerade aufgefallen, ich habe hier richtig schlechte Steinchen in meinen Klamourten. Was ist denn, wenn man jetzt gelangen ist? Beim... Beim Boss? Eventuell. Sieht so Boss-mäßig aus. Böse Erinnerung. Böse Erinnerung. Mach du mal. Ich gehe hier hinten und warte bei der Boss-Chest. Mit nett zu mir. Du sollst davor gehen. Geh zum Sternchen. Viel Spaß. Okay, dann beenden wir die Aufnahme. Wie lange ist es noch? Drei Minuten. Das reicht. Attacke. Ich ziehe mal ein Schild an. Servus. Ich wollte ein bisschen Schaden machen oder so. Die Frage ist, ob ich an dem Schaden mache oder der an mir. Total haut er sich auf mich. Das Problem ist, der ist nicht alleine. Okay. Beide müssen noch. Es sind drei. So, dafür kannst du auch noch. Das Problem ist, dass die blöden Waffen nicht kaputt gehen. Ich brauche mir auch keinen Schaden. Mit hier vielleicht. Ich muss ja schon mal wieder aufhören. Ich bin doch mal fast tot. Ich bin doch mal schon wieder fast tot. Ja, du hast dein Auto. Da ist meine Waffe aufgedreht. Da ist meine Waffe aufgedreht. Langweilig. So war das nicht geplant. So, was hat die andere Waffe dazu bekommen? Das gleiche. Wie wunderschön. Ich habe Hülschen bekommen. Ich glaube, über den Bogen wird sich mein Outlander freuen. Dann machen wir das jetzt mal so. Dann machen wir das mal so und das so. Dann kommst du weg. Du kommst weg und du kommst weg. Jetzt ziehe ich dich mal an. Da habe ich den Stein für rein. Wir sind ja noch mitten in der Aufnahme. Boss fertig. Und? Siehst du? Siehst du, jetzt kannst du. Jetzt sagen wir nämlich noch schön tschüss und dann kannst du tippen. Also sag tschüss. Tschüss.